Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht mit denen treffen. Die sind nicht gut für dich, wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Ja, du sollst zu Hause bleiben wie andere auch. Mensch, denk doch mal an dein Alter. Spinnst du überhaupt, dich mit den Leuten zu treffen? Und so viel zu trinken und zu rauchen und zu essen? Dann musst du dich nicht wundern, wenn ich dir den Hintern verhaue, Mutter. Puh, und die denkt, die ist Deutschland.